Das ist toll, das will ich haben. Jasmin, räum dein Zimmer auf. Nein! Wieso nicht? Weil so kann ich alles besser finden. Komm, jetzt sofort. Guck mal, wer das ist, das sieht. Das ist die Klammer runter. Nein, du musst jetzt aufräumen. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber jetzt. Meine Mutter will, dass ich das aufräume. Aber ich habe keine Uhr. Guck mal. Ich hasse aufräumen. Haha. Ich hasse das. Das ist das blödste. Ich hasse aufräumen. Und das mag ich nicht. Und wieso muss ich das machen? Weil ich ein Star-Ideer bin. Nein. Nein, du bist nicht fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Endlich eine Ruhe. Mama, ich bin fertig. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.